Es ist viel los auf dem Hildesheimer Campusfest, aber neben den vielen Bands und DJs, sowie den vielen, vielen kulinarischen Highlights, wollen wir uns heute mal die sportlichen Höhepunkte angucken. Ihr habt Flunkyball gespielt, das ist vielleicht das Trinkspiel des Campusfest. Kannst du in einem Satz die Regel beschreiben? Man muss exen können und einfach den Ball treffen, das ist das Allerwichtigste, das ist die Regel. Also sportliche Vorerfahrung wäre schon gut, sprich Handball oder ähnliches und auch ein bisschen Bewegung, also laufen muss man auch. Gibt es auch eine gelenkschonende Variante von Flunkyball? Ja, und zwar wenn man sich abspricht, dass es einen einzigen gibt, der läuft quasi im Team. Und das geht dann nicht die Reihe rum, sondern einer läuft und die anderen bleiben noch was stehen. Du warst gerade auf dem Bullen drauf, wie war das? Das war, ja, also auf jeden Fall für mich eine neue Erfahrung. Also ich habe mir hier gut ordentlich Schürpfoten geholt und es ist tatsächlich, es sieht so einfach aus, aber es ist dann doch sehr schwierig. Also man muss halt so einen inneren Gleichgewichtspunkt finden und dann so ein bisschen den fühlen und dann so ein bisschen die Bewegung des Bullen fühlen und dann so ein bisschen gegensteuern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.